die 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 das sind neue und er sind wir zur zweiten Folge der FIFA Cop-Saison mit dem Fahne das ist okay ich will in die Hotspur zu machen was wieder und wieder krass Städtelehrer die Erländer steht auch Kuro also eben stand da Tottenham Hotspurs als Logo ja wo wir sind wieder dagegen wieder lang also wird schon ein bisschen das hat Lola erst chance also erste halbe Chance aber die haben doch kein ja ich sehe dass er die Kinder ist von der Halle der Schöpfspieler muss man sagen er habe ich ich auch nicht ich habe gedacht im Staat ist in der Mitte durch du hast nicht Pause gedrückt hat bestimmt der Gegner nein ich habe schon wieder nur das Auswahlmenü von Tottenham ich glaube das ist ein genereller Bug von FIFA anscheinend da kann man wohl die Aufstellung nicht ändern aber wir haben jetzt die Aufstellung die wir wollen mit Robben im Sturm und Nähring oder wie hieß der Typ ja auf dem Flügel Nassring keine Ahnung wen bringen die denn jetzt ist die Frage haben die online vergessen die haben unsere Aufstellung gesehen und haben sich gedacht oh mein Gott oh scheiße Robben im Sturm oder die gehen jetzt raus aber drittwert ja weil ich glaube wenn einer rausgeht dann spielt der dann alle zum Beispiel und dann oder wir spielen jetzt gegen den PC das wäre auch sehr interessant ja ja klar habe ich nicht eigentlich irgendwas davon gehört dass man in FIFA zu zweit online gegen den PC spielen kann aber oh ja einer ist offline ja ich merke das schon egal komm jetzt was soll denn nee ich wollte nicht bescheißen ist egal ich will bescheißen ich will ein scheiß Spiel gewinnen würdest du gerade sagen oder was oh der ist wieder da ok so den habe ich Snyder weg da alter oh oh nein ich wollte zu Rom Junge was ist denn alter das nervt oh habe ich jetzt die Aufstellung nein habe ich immer noch alter das nervt aber jetzt echt ich kann mir die Spiele irgendwo angucken oh noch neue Chancen das müsstet aber auch ein Maximum an so fünf Pausen geben und dann holt auf ich glaube bis zum Schluss hoffen war der eine Typ muss wahrscheinlich auch seine Suppe schlurft oder so oder sich eine Nudel rumspielen was weiß ich guckt sich gerade ein Bauch und von älten Schicht aufheit ich bin grad China wein China China war ein ach sie nah war hier hat er dies Jahr ganz schöner es sei genau so ordenthaler es ist auch immer überraschend und jetzt geht es weiter nachdem wir nicht denn es startet durch was eigentlich kommt habe ich ich hasse diesen Pässe oben habe ich nein ja ich dachte Robben macht den also dass du den direkt mach ich hab ja du hast es der wisse Ablage und dann nein sorry oh oh hau drin ja elva elva was was ja mit ruhig ja ich wollte halt aber mit mir da hat jetzt so lange den Vorteil ab und rot kreuz das ist geil Junge eh mann okay wenn ich den Elva schießt ich habe auf jeden Fall oben in die Prozent oben in die du siehst du soll so alle es wird sie sich ja sag ich was sag ich okay so kackig vielleicht sich mit Robben schießen weil der ja naja ne aber okay ich schießt oben rechts auf Mainz oben rechts hier oben schießt oben links rüber oder da muss das raus schießen dies bloß Stadion Bayern der kompliziert ist da 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 kommt die Kriege ich den Krieg aber ja du neuer besitzen Pflücker meis hier muss man kurz in aller Ruhe wir haben die Führung beim letzten Mal der Fall ja so knapp die Primär nicht weil wir den kannst du nicht halten den kannst du nicht halten guck mal er muss in die Ecke und er kann ihn nicht halten er ist so gut geschossen da ist Kruhl nicht diesmal die da beschissene drauf der war echt kaputt der Kruhl der hält uns das Ding in sauber der hat bei der WM die Spieler so du bist vorbei genug würde ich dir sagen ich hab Willems okay das hat dir aber nichts gebracht Harry Kane mit der Flanke warum hab ich den jetzt ich hab du hast den Jaja warte mal ja ich guck ja oh den haste ah komm warte ich hab Robben Alter was macht dir? Ball gespielt Abseits 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 das war für mich Abseits ja für dich was ich höre ganz ehrlich auf den den Knopf smash ja wenn ich mal springen will oh zeigt dir seine Mega Skills Skilly Skill Skill was macht der? Na da war ein Tottenham Pass so erstmal ruhig Flankenwechsel da los ah schon gesehen oh der kommt Superpuss oh ist der Linksfuß oder Rechtsfuß? weiß ich jetzt nicht weiß ich auch nicht Zauberfuß kannst du nennen oh den haste ach schade das wusste ich komm Robben den Nachschuss äh fuck das hätte auch rot gehen können ne fragt Tottenham fuck ja ey bist du Heinz zurück? ja der ist super Abseits nein doch du hast die Fahne unten gesehen hast du ne andere Kameraperspektive ja Scheiße ich tricke auch auf diesen Button oh oh das war aber ganz knapp jetzt hätte ich es gerne gesehen oh Alter jetzt hört doch mal auf mit der Scheiß so mit der Scheiß Pausen da wollen die uns damit zum rausbringen drängen oder was ich verstehe dass man das ganz normal spielen kann ne weißt du da ich finde das ist die Amsterdam Arena ne das hier ja sieht so aus ja da steht es doch der Ajax Football Club steht in dem Stadion hier das ist schon so was noch 15 Sekunden man 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 m m m m m das ist so interessant m t 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 m ich hab das muss erklären um die Handlei vorbeiläuft oh jetzt wird tricksen und das hat mich gesehen abseits doch nicht gut gesehen, war gut gesehen, aber abseits ich mach den, versuch den nach rechts ich bringe nach rechts ach so, den hast du ach so, dann hab ich scheiße komm 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 ach jo, oh, no haha nein, komm rum ja ich gucke, ich gucke ganz oben immer komm, oh, schöner Pass ja, komm, komm, nein ah, ich wollte die direkte Flanke bringen hier, Rückraum man, ich dachte, du läufst rein ich hab dich, du spielst Rückraum ne, schön ja, hör auf ja das macht nie du scheiße gemacht ach, du scheiße der war kacke ich schwitze mir ein dicken, ey, ist das warm hätte fasziniert so die gelbe ja, oder gar nix nö, ach, die Hose, die Hose von nix von nix ok wo bist du denn ich guck mal jo scheiße, sorry, der war schlecht aber den haben wir mein, abseits ja, ganz ruhig ach, zu spät ja, komm, komm, komm ja das gibt's nicht ein hin und her komm, den hast du ooooh körperinsatz oder was ja, warte du erstmal ne halbe Stunde ha, schlechte Flanke, sorry oh man ich muss, ich muss noch so ne halb hohe bringen, die sind auch gefährlich ja, komm, die hast du ich will noch ein bisschen zurück ok ich hab sie dich da unten ha, komm komm, kein Absatz los ah sorry sehr träge, der blind ja, komm, super ich komm mal, ich komm mal nein, nein, nein Eigentor fast Eigentor komm, ja ja, super jawoll, nice schön ausgedrängt mach ich den ja, den hast du oh mach doch hin mach doch hin ich hab doch gepasst ich wollt ja zu dir runterpassen das ist keine gute Idee oh, der hat da dich schön vernach Williams, komm jawoll gut, dass ich Krul rausgeholt hab, ey das hab ich auch gedrückt ich glaub mal raus gut 1-1 Halbzeit es hätte eigentlich schon so zwei zu uns stehen müssen wie weiss Minimum vor allem wegen den scheiß Pausen die da wieder gemacht haben so, ich kann ja leider nicht auswechseln ah, diese Scheiße oh, ups so, mit dir nehm ich nie wieder ab gut, mal leid ich hoffe nicht ja, ja, klar ja, ja, ja tut mir immer leid der wartet jetzt schon wieder einen halben Tag ah, man ey da könnte ich schon wieder auf dem Klo sitzen und dann abseilen gehen in der Zeit erst mal ne Runde scheißen so ist es lass mal Let's Play du kalt auch scheißen mit Facecam oh, warum schwitzt der denn so bloß? ja, warum? ja genau wer, 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 wer schwitzt da würde ich gewinnen oh, das klappt, das kann noch ein bisschen okay oh der war super oh man, der war gut ah, da bist du noch mal links ja, mach ich doch man, ich wollte ihn so in den Lauf machen ah, abseits ja oh nein ja, okay ich habe fast lange gewartet ist egal, ist egal, ist egal eke darfst du die, du darfst die machen du darfst die machen die machst du so auf dem kurzen Pfosten ne, auf dem kurzen Pfosten okay, ich drück auf dem kurzen Pfosten super Spiel okay, ne, hast du, komm ach, ich weiß alter, mal ganz im Ernst vergleich das mit Karrieremodus wie lange hat der gerade gebraucht um den, äh super Hater mal zurück rüber na gut hey, alle die sehen und jetzt nochmal zack oh, super komm, lauf durch no nein oh man, ich hätte durchlaufen können ich Idiots oh man, das ist meine Schuld das war so meine Schuld oh mein Gott okay, Gott kann damit nichts so, den habe ich abseits, oder? ne, ne Rufu spieß ach, schade ja, ich habe nicht so viel Power dahinter gesucht oh ja oh, was so eine Parade von Loris ganz schön schwul der Schuss aber von Robben aus der Drehung weil ich darf machen ich habe schon gesehen wo machst du wieder? ne, ne oh, das ist gefährlich ja, oh aber den auch so oh muss ich, dass er den da spielt aber ich bin dran ja oh nein ein Millimeter habe ich geahnt komm und um ja, die kriege ich doch ja nein, warum schießt der nicht? oh man alter, wir sind so alter, ich habe das Gefühl die reagieren hier viel langsamer als als irgendwie wenn du gegen Bots spielst ich glaube, das ist das Internet oh mein Gott der wird den Ball jetzt so spielen ah und wenn der ja Harry Kane wie war das noch der bester Spieler von Tottenham in der letzten Saison mit den meisten Toren ich glaube, der wurde ja, überschätzt so ist sogar bester Jüngster das Spiel auch mal ne, das war aber schon wie Sterling na,ste okay, da läuft keiner hin abseits egal so so, ich laufe mit ich habe Robben ja super abseits nein, nein, scheiße wäre aber wieder nicht drin gewesen ja, eigentlich schon wieder ey, das gibt's doch nicht was haben die eigentlich für einen Lack? what the fuck den habe ich verzeichnet und unten ach, gesehen ey, Schiri ne, natürlich steht sich mir im Weg ist kein Foul oh, komm oh wenn das ein Foul ist dann hätte ich dann wäre ich auskrastet okay, die krätschen sehr viel ey, komm oh, super Pass ach, die Ballannahme und ich drücke direkt weiter passen das Spiel macht gefährlich du, Peps, kann ich dir in die Mitte okay wack, die Uhr, ja wir sind ja oh ich würde, der wäre hingegangen oben ich hab dich gesehen, ja mal ich mach den Flache Flanke, ne ja, komm oh nein oh, warte den hast du der Bicycle das wäre es gewesen wenn der reingegangen wird der spielt in mir ich komm nicht ran ich bin unten ich hab ihn okay, der war ja hä ganz oft ich glaube, das Spiel verflucht uns ja, echt die wollen, dass wir verlieren, ne ich wäre mit dem Unentschieden jetzt schon zufrieden und in der nächsten Folge dann Sieg nein, nein, nein weiß ich gar nicht so viel Junge, mach die Scheiße hier der passt dem der schießt hier drin der schießt hier drin oh, oh, stark und jetzt schnell nein oh ey, das Schiri oh, ich wollte gerade schon sagen sorry ich bin so doof was mach ich sonst nie jetzt äh, ich mach den nach links ja, ja, warte ich hoffe, da ist einer also, der müsste da sein ich lauf schon hin haben ich starte durch genau ich hab die Reicht verbrochen ich hab passen gedrückt ja, no komm, die Kriegse was? ich wollte ihn so über mich liegen, weil ich weiß, das ist weiße hab ich schon gesehen da will ich so ein Hurricane machen den haben wir ganz unten ich starte durch mit Rob hab's gesehen oh ja, den hab ich ah, nein oh, ich hab's gerade eben äh, die machen gute Defense muss sagen bei den hier angriffen sind nicht sehr einfallsreich immer nur auf Kane jawohl abstoß nein, ich hab den ja zu ihm gepasst so er macht einen sehr seltsamen Abschluss, der Kohl jawohl ja, jetzt trüge ich da hin so, jetzt in der Mitte ist gut, Rom, Bär okay, nee, hast du in der Mitte, Spiel in der Mitte ha komm scheiße, das Spiel will aber auch nicht, dass wir gewinnen Holland gegen Holland eigentlich ist es Tottenham komm, Rom bei mir steht jetzt oben Tottenham jetzt, jetzt, durch schieß hab ich ah, schade jetzt schlagen sie nur die Bälle davon hab ich ich auch durch so schön oh Mann, was ist WTF was war das denn? was war das denn? komm, komm oh ja schön ich seh nicht nein was macht das nicht so toll war so, 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 egal das ist das ist ein Rückpass, das ist ein Rückpass, das ist unfassbar ja, das Spiel kann es nicht mal erkennen aber es ist sehr relativ selbst mit über 16 wird es wahrscheinlich nicht geben natürlich ich hab's schon gesehen dass es Vorteil gegeben hat ey, komm, ich hab das Trikot was Tottenham hat, da hab ich ja er hat nur 18 Euro gekostet ich hab's ein Steppchen ich bin immer noch verwirrt, wen ich jetzt hab so, wow ok ich glaub, die wollen den Punkt oder gibt's Verlängerung, das weiß ich gar nicht nee, ne, das ist ja kein Pokalspiel hau ihn raus wir schau ihn raus da steht kein Schwein, schön und jetzt hauen sie das Ding noch rein die hauen das Ding noch rein die hauen das Ding noch rein die hauen das Ding noch rein oh man das gibt's nicht so ne Scheiße wir sind Helden, tut mir leid für den Abstoß man, man was auch, jetzt pfeift er ab ja oh, alter ja, genau, dann pfeift er ab nach dem Foul weißt du, Ball gespielt, schön und gut, aber wenn er die beiden bricht, dann ist es egal ja, Loris, lauf durchs Tor gut, das war dann die Folge, ne ja, ne kapier das noch nicht das ganze Spiel dominiert und dann zwei beschissene Tore Junge ganz einfach, ey, das ist FIFA 15 das ist FIFA 15 das nächste FIFA 15 wie sagt man immer, das nächste FIFA kann ja nur besser werden genau so ist es also haut rein, bis dann, ciao tschö